Ich kann leider kein Plattdeutsch, es tut mir leid. What? Das kann doch nicht sein. So baut man einen Pott? Shit, bruh. Haben wir hier überhaupt Iron? Oh ja, wir haben jetzt einen Iron. Schwing. Wie viel haben wir jetzt an Dust? Vier. Wir brauchen noch die Schere. Wir brauchen die Schere. Wir müssen sieben. Okay, was müssen wir jetzt noch tagsüber machen? Was müssen wir jetzt noch tagsüber machen? Wir könnten versuchen, das Gebiet zuzumachen. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist noch ziemlich weit oben. Das heißt, jetzt Slabs. Und, ähm, ja, warte mal. Lass uns mal hier... Oh, wir brauchen ja auch noch von diesen Dingern welche, ne? Wie viel Slabs können wir denn machen? Nicht rennen. Fuck, ich wollte doch eigentlich das Essenszeug machen. Aber noch bräuchte ich vier Eisen. Oder wie macht man nochmal die Spider-Eye-Soup? Soup. Pot. Wir brauchen einen Pot. Okay. Äh, ich würde sagen, wir brauchen erstmal eine Schere. Damit wir... Damit wir... Damit wir... Damit wir... Damit... Wofür nochmal? Für die Blätter, damit wir mehr Erde machen. Damit wir zum Beispiel auch was anbauen können. Okay. Okay. Das würde ich gerne jetzt schon machen. Oh, oh. Schon wieder kein Wasser. Oh, fuck. Fuck. Okay. Deswegen brauchen wir noch viel dringender diese fucking Blätter hier. Okay. Okay. Eine reine... Eine reine Verblätterung. Und ich hab das schon mal in Folgen erwähnt. Andere Let's Player und so, die machen das hier irgendwie viel effizienter und schneller. Und, äh, sind total krass drauf. Ich nicht. Es tut mir wahnsinnig leid. Ey. Jetzt hab ich schon zu viel Hunger. Ah, fuck. Oh, mein Gott. Und Schaufi ist auch noch im Arsch. Schaufi, wo bist du da? Wir brauchen nicht nochmal kurz. Wir müssen Sachen essen. Fuck. Und wir brauchen dringend... Oh, Gott, nein. Haben wir irgendwas zu essen überhaupt? Wir haben nix zu essen, Leute. Meint ihr, wir sterben jetzt? Meint ihr, das passiert jetzt? Oh, mein Gott. Das wäre aber ziemlich ärgerlich. Boah. Ähm, wir machen bitte hier gar keinen Ausgang. Okay. Und sowas. Bitte hol mir Wasser. Haben wir jetzt irgendwo ein Gehirn, was jetzt schon vielleicht irgendwie getrocknet ist? Du bist immer noch nicht getrocknet? Okay, dann pass mal auf. Dann machen wir jetzt hier die Dinger ab. Haben wir hier Salz? Ja. Habe ich irgendwo noch Essen, was ich vergessen habe? Nein, Schaufi! Oh, Mann. Okay, alles gut. Alles gut. Was wir jetzt noch brauchen, ist halt Wasser. Tausend. Lass ihn doch ruhig auf 2000 laufen. Und dann holen wir das Ding erst, das Zeug da raus. Okay, wir brauchen auch noch Erde. Dafür, wir brauchen bitte eins, zwei. Brauchen wir erstmal nur einen Barrel? Erstmal brauchen wir nur einen Barrel. Äh, die stellen wir erstmal hier hin. So. Weil ich brauche erstmal nur ein Stück Erde, wo ich dann den Reis rein tue. Das ist im Moment der Plan. Wie viel Wasser haben wir jetzt? Eins, sieben. Na komm, dreimal noch hier und dann... Muss das weitergehen. Apfelbaum pflanzen. Sau gute Idee. Haben wir noch einen Apfel da? Yes. 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 Okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Erde. Was ist mit der Erde los? Ist die schon Erde? Nein. 50 Prozent. Wie viel haben wir jetzt hier? Gut, das muss reichen. Wasserflaschen rein. Das Ding hier umdrehen. Wir brauchen wieder Strom. Kein Problem. Reicht dabei. Okay. Ähm, das hier rein. Das hier weg. Den Wurm brennen. Ähm. Haben wir es jetzt? Wo sind... Ah ja. Okay. Das war der Fehler. Mach die Rüstung, damit du die Belohnung bekommst. Sehr gut. Sehr gut. Wir brauchten noch eine Hose. Ähm. Vielen Dank. Suizide Eisbär. Und Schülchen. So. Mir wird heiß. Mir wird heiß. Ich brauch das Wasser. Ich brauch das Wasser. Äh. Fuck. Wir fangen da schon wieder an, ne? Das ist nicht cool. Und... Sowas. Es wird ja auch schon Nacht. Das heißt, raus gehen wir jetzt nicht mehr. Haben wir genug? Oh ja. Wir haben genug Shit zum Dusten. Problem ist... Warte mal. Ich will... Ne. Ähm. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das ist mir viel zu gefährlich. Aber wir haben schon mal die Erde. Wir packen hier noch mehr rein. Und dann machen wir erst die ganze Scheiße hier mit dem Apfelbaum und so machen wir erst später. Okay. Wir siffen gleich. Vielleicht kriegen wir Iron. Dann können wir uns einen Pot bauen. Vielleicht können wir dann einen Spider-Eye-Soup machen. Madhawk. Madhawk. Hey, komm her. Komm her, du Drecksspinne. Und vielleicht noch ein paar Skelette, damit wir Bone Meal kriegen. Hallo! Entschuldigen Sie! Was? Die kommen nicht doch an? Okay. Aber so können wir jetzt so ein bisschen Gehirn hier anlocken, wa? Ja, ich hole mir die... Ich hole mir die Belohnung. Ist ja gut. Ich will nur ein bisschen Leute anlocken hier. Okay. Du bist jetzt hier gefangen. Für immer. Und du kannst dich gleich verpissen, Decker. Okay. Ich hole mir ja die Belohnung. Bitte schreien Sie mich nicht an. Die Synapsen. Bitte schreien Sie mich nicht an. Ähm. Questbuch? Ähm. Claim Reward? Wir nehmen den Red Heart Canister, ne? So war der Plan. Bup, 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 bup. Wir brauchen ein Unfired Crucible. Wir brauchen Reis. Wir brauchen... Wo ist denn hier mal ne... War hier nicht irgendwo ne Quest, wo man quasi diesen fucking Automate... Ah! Hier, hier ist sie Ja, ja Und wir holen uns Iron Und wir haben keinen Platz wahrscheinlich Die Rüstung kann erstmal weg Haben wir jetzt schon wieder kein Wasser mehr, ne? Oh fuck Okay, dann machen wir das so Und wir haben Hunger ohne Ende Haben wir hier irgendwo ein Reward Werden wir jetzt sterben an Hunger? Echt, Leute? Tipps, ich brauch Tipps Ich brauch fucking Tipps Okay, jetzt haben wir das Das kann hier noch ein bisschen Iron Oh, hier ist noch eine Sache So, warte mal Wir müssen jetzt mal hier mal Sachen wegpacken Dann wird er automatisch gesift Wir haben noch den Wurm Der uns nicht so viel bringt, aber immerhin Wow Okay Ich bin zu dem Stuhl gesprungen Dann haben wir den Canister Dann haben wir Du bitte mal da rein Es ist alles Es ist alles mit mehr Essen Isst was? Ja, was denn? Was soll ich essen? Ich hab doch nichts zu essen Haben wir eine Quest, wo wir was zu essen kriegen? Oh shit Eating Worms Hier müssen wir Sachen bauen Da kriegen wir Ach, da kriegen wir den Pott für Okay, das ist cool Okay, okay, cool Das hab ich nicht gesehen Mortar Mortar Drei Stone und ein Stick Drei Stone und ein Stick Mortar Homo Äh, Juicer Wird nochmal wie gebaut? Juicer Äh, Juicer Bamblicious Stone und Pressure Plate Äh Cobblestone Slap Pressure Pl Pressure Pressure Plate Wie baue ich nochmal eine Pressure Plate? Ihr wisst das doch Ach, es müssen zwei Stone sein Oh mein Gott Okay, dann Fischi Da hat jemand gespendet Woah Warte, 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 warte Pause Okay Erna! 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 Du wirst das nicht glauben! Der hat gerade einer 150 Euro gespendet! Erna! Erna! Fuck! Schein! Es ist nicht zu fassen, Leute! Ich krieg grad hier die Tür nicht zu! Können wir uns mal ganz kurz... Können wir uns mal ganz kurz besinnen? Können wir ganz kurz in uns gehen? Und... Mal realisieren... Dass Paddy... Soeben... 150 Euro gespendet hat... Das hat übrigens gerade... Steht da jetzt oben links, ne? Da oben sieht man's... Bei Top Spender hast du eben Bierpreis abgelöst... Und Bierpreis war da... Seit ich diesen fucking Donation Kram hier habe! Alter! Du glaubst gar nicht, wie du mir gerade hilfst! Ja? Man redet ja nicht über Geld und so... Aber... Lauf oder Zeit des Todes, Alter! Paddy! Vielen Dank! Die Nachricht war übrigens, damit du weiterhin Sachen machen kannst! Gruß und Kuss! Dein Julius! Applaus! Applaus! Komm! Ab heute führen wir ein... Wenn Leute so abgefahren hohe Spenden machen... Dann singen wir ein Lied für diese Leute! Wir machen so lange diese Musik hier aus! So Paddy, ich hoffe du bist bereit! Es ist der Paddy, der so viel gespendet hat... Oh ja... Es ist der Paddy, der viel zu viel gespendet hat... Oh ja... Paddy, beziehungsweise... Julius, heißt er im echten Leben... Hat viel zu viel gespendet... Uh... Yeah... Julius, du geiler Typ... Julius... Geiler... Typ... Julius... Du bist so... Spenderig... Uh... 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 Jetzt hab ich mich verspielt von vorne! Julius... Geiler... Typ... Uh... 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 Julius... Du siehst schon... Das Lied geht ganz schön lange... Julius... Du alte Spenden... Uh... 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 Yeah... Okay... 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 Das war jetzt so krass, liebe Freunde... Dass wir eine minimale Sende... Werbepause machen... Ich bin so ein bisschen durch den Wind... Ich bin ein bisschen durch den Wind... Wir haben auch vor allem riesen, riesen Essensprobleme, Leute... Ich muss mal gucken, ob wir gleich vielleicht Gehirne versalzen können... Wenn nicht... Haben wir ein Problem... Wir haben ja jetzt zum Glück den Autonomous Activator gerade bekommen... Mit dem wir Sachen machen... Komm... Das ist eine kurze Werbepause... Ähm... 60... Sekunden... Werbung... Ja... Und nach der Werbung sind wir sofort wieder da... Ja... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ha, 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 ha. Okay. Ich fragte, ob es über Paysafe-Card auch geht. Nein, über Paysafe kann man nicht spenden, soweit ich weiß. Es gibt da irgendwie Mittel und Wege, aber ich muss da ganz ehrlich sein, wenn jemand nicht alt genug ist für Paypal, dann sollte er vielleicht auch nicht spenden. Denn, ähm, wenn ihr nicht viel Geld habt, solltet ihr sowieso nie spenden, weil das ist scheiße, sowas macht man nicht. Äh, nur wenn ihr irgendwie Geld über habt. Und das, also wenn ihr jetzt noch euer letztes Taschengeld, die Reste von euren Paysafe-Karten, ähm, für sowas ausgibt, dann macht ihr irgendwas falsch. Bitte nicht. Bitte nicht. Und vorsichtig im Chat, wenn man alles mit großen Buchstaben schreibt, dann wird mein Nightbot sagen, schreibe ich nicht an! Und wird, äh, die Message, äh, weghauen. I'm, I'm, I'm very sorry. I'm very sorry. Können ihr mich eigentlich hören? Ja. Okay. Ähm, wir haben, wir haben das Essensproblem, glaube ich, noch. Ich habe übrigens gerade überlegt. Ich habe eben auf Toilette, habe ich mir was überlegt. Ab einer 10-Euro-Spende gibt es einen Song. Einen kurzen, super kurzen Song. Und ja, das ist ein Trick, spenden bei euch rauszukitzeln. Hu-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Okay. Wir brauchen Essen. Ist euch das mal aufgefallen, dass wir Essen brauchen? Mann, ey, keiner passt hier auf. Keiner passt hier auf. Also, ich am wenigsten. Ähm. Ähm. Ich bin so raus gerade. Ich bin so raus. Diese Spende hat mich umgehauen, Leute. Diese Spende hat mich fucking umgehauen. Ähm. Jetzt weiß ich wieder, wir wollen hier sowas machen und wir haben echt kein Wasser, ne? Das habe ich hier nicht getoggelt. Fuck. Ähm. Äh, äh, ähm. Seht ihr, wie fertig ich immer noch bin? Guck mal, eine Pressure Plate. Und wieder drüber, Juicer. Was brauchen wir noch? Dieses Cutting Board, dieses schöne. Upsi. Cutting Board. Wir kommen hier echt in die Scheiße rein, Leute. Es kann sein, dass wir gleich sterben. Und es wäre sehr, sehr ärgerlich. Ähm. Hatten wir nicht noch Eisen? Doch. Hier Eisen. Das Ding, das Ding. Yes. Yes. Okay, Quest. Abgeben. Wir haben einen Pot. Und wir brauchen das hier. Und das hier. Wir machen gleich zwei davon. Und warte mal so. Und wenn wir jetzt das hier wegnehmen und das hier dahin tun, und das hier dahin tun. Oh, yes. Okay. Okay. Wir sind wieder im Business, Leute. Wir sind wieder im Business. Wasser ist gleich da. Wir haben was zu essen. Yes. Yes. Ich hätte noch ein paar von denen behalten. Das mache ich jetzt auch. Die behalte ich, weil gleich bauen wir Reis an. Und wenn wir Reis haben, machen wir uns Reissuppe und Reissuppe. Ist ziemlich crazy geil, mein Naezy. So, warte mal. Ich muss mal. Ich habe hier ja Sachen gemacht. So. Ah. So viele Zuschauer heute. Das finde ich sehr gut. Ähm. Dann können wir jetzt hier ja noch eine... Wo? Wo? Haben wir das Ding schon? Oder ich habe es weggepackt? Oh ja. Okay, ähm. Wir bauen den Silver woanders hin. Lass uns mal Sachen machen. Eisen brennen. Wofür? Wir brauchten... Wir brauchten für irgendwas noch Eisen. Wisst ihr noch, wofür? Für den Pot. Aber den haben wir ja jetzt gekriegt. Fishy is back on track. Lennart Hartung. Sehr schön gesagt. Äh. Zombie lässt grüßen Erna. Ich glaube, Erna... Die hat eben nicht reagiert. Ich glaube, die ist gar nicht da. Ich glaube, die ist einkaufen. Ratet mal, was sie einkaufen gegangen ist. Ähm. Sollen wir das hier für Erde eigentlich benutzen? Ja, ne? Oh nein. Das reicht nicht. Aber... Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir. Meine Fresse, ey. Ein Schild für Puddy. Sau gute Idee. Oh, Leute. Eine sehr, sehr gute Idee. Ähm. Wir machen's. Wir machen's hier oben hin. Wir machen's hier oben hin. Sau gute Idee, Leute. Sau gute Idee. Okay. Wir nennen es... Das... Oh. Ähm. Das... Puddy... Ähm... Gedenk... Schild. Und das Gedenk-Schild da sind nicht nur dafür Leute, die gestorben sind. Das ist einfach ein Schild, wo man immer gedenkt an Puddy. Der so krass gespendet hat heute. Und das finden wir gut. Das Puddy-Gedenk-Schild. Und sollten wir das da irgendwann abbauen, dann nehmen wir das Schild und tun das woanders hin. Okay. Okay. Ähm. Wie sieht's an der Essensfront eigentlich aus? Da haben wir ja eigentlich jetzt ein bisschen was geholt. Ähm. Wir könnten hier... Das Ding umdrehen. Jetzt haben wir da gleich kein Strom mehr drin, ne? Was brauchen wir für den Survivalist-Generator? Survivalist... Cobblestone. Dafür müssen wir den Cobblestone-Generator bauen. Es wird gerade Tag. Das können wir gleich machen. Dann brauchen wir diesen... Okay. Das Problem hier ist aber... Hm. Warte mal. Was ich jetzt mache... Ach shit. So. Wir packen hier mal das Zeug rein. Auch wenn's jetzt noch quasi... Hier dann rumschwebt. Immerhin macht er Sachen. Und wir können das immer mal wieder holen. Jetzt darfst du nie mehr sterben. Okay. Okay. Ähm. Warte mal. Was wollte ich jetzt machen? Oh. Jetzt fange ich hier schon an, das Zeug zu sammeln. Obwohl das noch gar nicht notwendig ist. Ähm. Ich wollte hier das Wasser rausnehmen. Ich glaub, wir haben auch nur zwei, ne? Oder? Nee. Wir haben mehr. Wir haben mehr. Und das ist ja auch schon Tag. Soll ich das schon aufsetzen? Auf jeden Fall. Okay. So. Ähm. Wir wollten rausgehen, ne? Wir wollten rausgehen. Wegen irgendwas. Lass uns mal Zeug hier ablegen. Wir bauen auch noch das Ding gleich richtig auf. Das brauchen wir für später. Also. Wir müssen, wir müssen den, wir müssen, wir müssen. Können wir uns ganz, können wir uns, können wir uns ganz schön, äh, ganz kurz sammeln. Was wir jetzt machen wollen. Ich lese gerade, du musst eine Quest abgeben. Welche Quest denn, Leute? Die hier. Oh. 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 Oh ja. Oh, cool. Ähm. Die hier machen wir noch. Hunger Games machen wir noch. Ich hab doch schon alles abgegeben, oder? Im Moment. Im Moment. Warte mal. Können wir hier? Ich lass mich schon wieder ablenken. Merkt ihr das? Merkt, merkt ihr das? Ähm. Das Zeug erstmal weg. Oh. Shit. Das, das, das wird, das wird noch ein Kampf, Leute. Ähm. Wo haben wir denn hier den Clay? So und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ähm. So. Okay. Das brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Das brauchen wir jetzt so gar nicht. Wir tun's mal hier rein alles. Damit können wir auch noch Sachen machen. Okay. Was, was ist jetzt der Plan? Genau. Was? Gehirne draußen aufhängen. Und sammeln überhaupt erstmal, ne? Okay. Das heißt. Wir legen hier noch. Oh. Ne. Das muss da hin. Okay. Dann sowas. Naja. Das können wir hier noch ganz gut gebrauchen. Die Erde brauchen wir gleich. Und vielleicht nehmen wir das noch mit. Und der Coblestone Generator. Genau. Der Coblestone Generator ist meines Erachtens nach im Moment mit das Wichtigste. Ah. 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 Okay. Das sind die Todesspinnen. Ich nenne sie so, weil sie ziemlich hart im Nehmen sind und auch im Geben. Also im Nehmen und im Geben. Warum, warum stirbt der Gast? Ah ja. Okay. Jetzt ist er tot. Und da ist noch eine Todesspinne drauf. Cool. Cool. Ist ja nicht so, als wenn Todesspinnen alleine nicht schon krass wären. Und die... Okay. Garst sind hier irgendwie total easy peasy. Ist euch das mal aufgefallen? Die machen eigentlich gar nichts. Coblestone und Apfelbaum. Ganz genau so sieht's aus. Wir bauen bitte von Anfang an diesmal den Apfelbaum hier hinten hin. Ich möchte, dass der Apfelbaum hier wächst. Und der kann auch ganz in Ruhe wachsen. Cobblestone Generator. Bauen wir auch ein ordentliches Stück weit weg. Ähm. 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 So was? Okay. Da, äh. Okay. Und was, ähm. Wasser. Da muss ich die Quelle nehmen. Aber dann brauchen wir noch eine Quelle. Und die nehmen wir uns dann aus den... Fucking, äh. Blättern, die wir gleich noch abbauen. Das ist der Plan, ne? So ungefähr ist der Plan. Und hier sammeln wir schon mal geil Sachen. Haben wir hier auch... Bone Meal kaum, ne? Wir haben hier noch elf Stück. Hm. Ist nicht cool. Ähm. Wir bauen gleich das Ding ab. Ähm. Wir wollten doch den Eimer mitnehmen. Und dann haben wir... Oh. Fuck you. Wo kommst du denn her? Pass auf. Pass auf, Digga. Okay. Sorry, dass ich nicht... Baum weg machen. Ja. Das machen wir auch noch. Ach shit. Jetzt ist der Eimer natürlich weg. Weg. Ist das so schlimm? Dann bauen wir uns einen neuen. Oh, wir müssen was essen. Und ich glaube, wir müssen leider... Wir müssen leider diese Dinger essen. Obwohl... Das... Ein bisschen. Und dann holen wir jetzt mal Gehirne. Da müssten ja welche getrocknet sein. Ne. Hab ich die abgenommen? Die hab ich abgenommen damals, ne? Damals. Das war noch Zeiten. Ha, 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 ha. Ähm... Ich glaub... Kann das sein, dass die Gehirne schon wieder längst... Despawned sind? Oh, ne kleine Mini-Explosion. Hatte ich hier nicht mal irgendwann... Ah, guck mal da. Äh? Äh? Und wir könnten hier eigentlich mal... Das Ding hier mal zumachen. Weil dann können wir auch mal draußen Sachen... Ach, hier war das geplant. Okay. Ähm... So. So. So was? Dann brauchen wir auch fackeln, ne? Brauchen wir fackeln. Brauchen wir fackeln! Muss das so hoch sein? Ich glaube leider ja. Ach so. Ähm... Ähm... Wasser. Ich würde sagen... Wir pflanzen hier erst mal... Den Reis an. Und dann holen wir uns quasi Wasser aus den Blättern. Um... Das Wasser zu nutzen für den Cobblestone-Generator. Ist das ne Idee? Oh yes. So, Reis. Wachse. Hey, wieso krieg ich diesen Block da nicht? Ist mir egal. Es ist mir egal. Ähm... Baum ab... Kloppen... Mit... Der Schere. Ist gerade mein Plan geworden. Denn wir brauchen Wasser. Und zwar ein Sack voll. Der Camelpack ist auch schon alle, Leute. Überhaupt nicht cool. Aber wir haben geile Musik im Hintergrund. Ach shit. Okay. Ich, ähm... Brauche mir eine neue Schere, weil wir brauchen eine Schere. Wir brauchen drin wass... Au! Shit. Wir brauchen was zu essen. Ach, wenn ich doch bloß ein bisschen besser organisiert wäre. Dann könnten wir Sachen machen. Aber nein. Der feine Herr. Haben wir hier Iron. Schwinge Ding Ding. So. Lass uns hier nochmal hochbauen. Das müssen wir gleich wieder alles abbauen. Aber so ist das Leben nun mal. Ich glaube, wir kriegen hier ziemlich viele Blätter raus. Und das finden wir sehr gut. So. Sollten wir eigentlich noch einen zweiten Apfelbaum machen? Ich finde nicht. Ich finde Äpfelbäume... Also wir brauchen halt einen Orangian-Zapling. Da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich Bock drauf. Wir müssen halt... Wir müssen irgendwie unsere Essenssituation mal wieder klären. Es geht mir auf den Sack, dass wir das noch nicht haben. Wir waren so schön weit in der Season 3. Wieso bin ich bloß gestorben? Warum wir auf den Apfelbaum... Na ja, brauchen wir nicht. Der wächst doch gleich. Der wächst doch gleich. Ich hab's jetzt nicht eigentlich mit den scheiß Äpfeln. Wobei, da könnten wir uns ein bisschen Juice machen wenigstens, ne? Okay. Können wir schon mal abholzen? Oh, oh, ja. Wasser, 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 Wasser. Wir müssen eigentlich das Wasser schon mal laufen lassen. Aber wir sind noch bei 85. Alles gut. Jo, einen Orangenbaum. Vicky, da hat jemand gespendet. Oh, 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 oh. Ex-Kiddy. Ich liebe deine Videos, Streams. Bei dir gibt es immer viel zu lachen. Danke, dass du mit diesen schönen Momenten mein Leben versüßt. Kochamt, Kasia. Dobra sei. Vielen Dank. Danke, Kasia. Vielen Dank für die Spende. Vielen Dank. Du bist ein Schatz. Und ich find's immer wieder komisch, dass Leute tatsächlich den Quatsch sich angucken, den ich da mache. Weil es ist nur wirklich... Es ist wirklich Quatsch. Es ist abgefuckter... Todesquatsch des Todes. Aber wenn ihr meint, dass ihr euch das angucken müsst, ich bin froh drum. Ob ich den Stream hochlade bei YouTube? Ja, so ist der Plan. So ist der Plan. Wenn Twitch ganz normal mich schneiden lässt und diese Sache hier mich machen lässt und rüber schicken lässt zu YouTube, dann werde ich das auf jeden Fall zu YouTube schicken. Und ich bin da auch guter Dinge, dass es auch klappt. Wir haben hier langsam ein krasses Hungerproblem. Wenn wir da hinten nochmal sowas machen. Okay, wo ist Schaufi? Ist Schaufi tot? Schaufi lebt! Hashtag Schaufi lebt! Lasst uns in die Trends gehen! Ich war noch nie in den Trends. Ich werde auch noch eine Weile nicht in den Trends sein. Das ist mir schon klar. Aber ich würde es mir mal wünschen für eines Tages. Eines Tages war ich in den Trends. Schaufi lebt! 2000 XP Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, ähm, Fackeln hätten, dann könnten wir ja zumindest schon mal die Leute verhindern, dass die Leute hier drinnen spawnen. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Und hier ist kein Strom. Survivalist, Survivalist, Survivalist! Mh, okay, Biatch! Was brauchen wir für den Survivalist? Cobblestone? Ach, deswegen der Cobblestone-Generator. Fuck! Okay, dann muss der Reis später wachsen. Oh, schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Ist den Apfel. Sonst können wir uns nicht mehr bewegen. Ähm, schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Einmal brauchen wir sowieso. Schaffen wir das noch? Ich glaube nicht. Ich kann nicht laufen. Wasserquelle, komm her. Oh mein Gott. Es wird Nacht. 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 Okay. Es wird Nacht. Es wird Nacht. Wo ist die Pickaxe? Da. Ist schon Nacht? Oh mein Gott, es wird Nacht. Oh shit! Oh shit! Ich will noch nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Da sind Blätter. Da waren noch Blätter. Okay, Leute. Kacke. Wir haben den Survivalist Generator nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen Strom. Oh mein Gott. Aber, vielleicht haben wir Glück. Und vielleicht... Lasst mich mal schauen. Wir haben hier 24 von den Digan. Vielleicht können wir da Sachen machen. Gib mir shit. Und ich mach shit mit dem shit. Äh, da. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben acht. Das müsste reichen, oder? Ja, klar, Digga. Na klar. Oh, jetzt haben wir aber zu wenig Iron, oder? Nee, wir brauchen nur ein Iron. Wie geil das. Oh, wir brauchen aber... Ein Furnace. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Plus... Äh... Äh... Acht plus... Zwei... Dreizehn. Und wir haben acht. Neuuuun! Fuck! Mach aus Erde Wasser. Ich... Ah, okay. Ja, das könnte ich auch machen. Das könnte ich auch machen. Aber... Ja, das muss ich wahrscheinlich machen, ne? Aber die Essenssituation ist ja eigentlich noch eine viel schlimmere, oder nicht? Sehe ich das falsch? Wir könnten... Warte mal. Die Dinger habe ich jetzt schon gegessen, ne? Oh, oh. Wir haben auch keine Knochen und nix. Ich glaube, wir müssen mal... Oh, shit. Meint ihr, wir sterben? Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Komm her. Komm her. Okay, Knochen. Ich habe sie sogar eingesammelt direkt. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ey, komm her, Digga. Ich brauche dein Gehirn. Okay. Ähm. Oh, das sind zwei Knochen. Geil. Geil. Habe ich irgendwas vergessen? Lieber Chat. Ey, wenn ihr es bei euch leckt, müsst ihr vielleicht nochmal neu starten. Bei mir gibt es nämlich keine Frame Drops. No Drops. Guckt bitte mehr auf den Chat. Das ist... Wenn ich erstmal... Wenn ich erstmal drin bin... Oh, shit. Fischi. Da hat jemand gespendet. Oh, oh. Oh, oh. Krawumm. Bitte spiel doch nochmal Blockenload. Um ehrlich zu sein, ich... Erstmal... Doberacei. Vielen Dank für die Spende. Geiler Typ. Oder Typ hin. Ähm. Ich hätte schon ein bisschen Lust. Aber andererseits... Die... Also man kommt halt mit den Jungs immer nicht zusammen. Alleine finde ich das total bescheuert, das zu spielen. Das macht doch gar keinen Sinn. Und... Ähm. So, warte mal. So. Spyder Soup. Was uns nicht wirklich was bringt. Das hier bringt uns ein bisschen was zu essen. Und da wir ja andere Sachen essen müssen, immer mal wieder. Essen wir das jetzt auf. Und dann essen wir noch ein bisschen Spyder Soup. Und... Das sieht doch schon mal besser aus. Wir könnten tatsächlich... Aus der Erde... Wasser machen. Zumindest für jetzt. Das müssen wir tun. Das müssen wir leider tun. Ähm. Sowas. Sowas. Gib mir deinen Saft. Ich geb dir meinen. Okay. Ähm. Wir haben ein Ei. Wir haben ein Ei. Houston. Wir haben ein Ei. Boah. Dieses da ständig Zeug da rausnehmen. Das geht mir total auf den Sack. Lass uns das mal hier beenden. Und dann bauen wir das gleich mal hier auf. Wir haben ja jetzt was gegessen. Das Ei können wir gleich auch nutzen. Hoffentlich. Um Sachen zu machen. Ähm. Ich bin jetzt wieder voll raus hier. Ich bin jetzt wieder voll raus hier. Wir brauchen hier Strom. Wir müssen hier den Redstone wegpacken. Den Survivalist Generator wollte ich bauen. Aber da fehlt uns Koppel dazu. Fällt mir gerade ein. Gut, dass der Koppel Generator da ganz hinten ist. Wir hätten den Koppel Generator vielleicht auch in den Keller bauen können, oder? Ist das nicht irgendwie noch besser? Ist das nicht irgendwie besser? Nee? Eins. Zwei. Drei. Vier. Würde ich mal sagen. Und dann müssen wir den Shit brennen. Okay. Dann haben wir gleich schon mal Wasser. Zumindest für den einen Tag. Und wie gesagt. Wir haben jetzt Zeit. Wir könnten jetzt diesen Keller anfangen zu bauen. Schnubbidi. Schnubbidi. Boom. Das brauchen wir dann auf jeden Fall. Und wie bauen wir den Keller? Bauen wir den hier so? Ich baue immer wieder einen anderen Keller. Das finde ich ziemlich lustig eigentlich sogar. Oh shit. Hier ist offen. Okay. Und wir brauchen Fackeln. Wow, wow, wow. Spinne, bitch. Wir können jetzt keine Fackeln machen. Weil wir jetzt Wasser brennen. Ist okay. Es ist total okay. Wir bauen uns jetzt hier in den Keller rein. Okay. Und dann sollten wir eigentlich. Ich finde, wir machen da den Cobblestone Generator hin. Oder? Findet ihr doch auch. Oder? Leute, lieber Chat. Oh nee. Der ist hier. Wie hier jetzt. Wie alle immer auf diese komischen Survival-Spiele stehen. Ich meine, ich fand es ja auch geil. Und so. Eine Weile. Aber irgendwann dachte ich mir auch. Können wir das jetzt mal lassen? Irgendwie? Water, water. Nee. Dirty water. 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 Wir machen hier noch ein bisschen mehr Erde. Schwinge Ding, Ding, Ding. Und wenn wir bloß Strom hätten, ne? Wenn wir doch nur... 600. Reicht das hier vielleicht? Upsi. Reicht das hier für... Nee. Nicht annähernd. Fischi, da hat jemand gespendet. Oh oh. Oh oh. Wir haben eine 10 Euro Spende. Goku, für ein Ständchen von unserem Held. Okay. Ich hab's euch gesagt. Ab 10 Euro gibt's ein Lied. Nicht allzu lang. Denn wenn Leute mehr spenden, müssen wir natürlich längere Songs machen. Willst du noch das? Von, von, von Julius? Hä? Das war ein Song. Alles klar, Goku. Wollen wir... Moll oder... Oder Dur? Oh yeah, it's go-go time. Oh yeah, it's go-go time. Ähm... Es geht nicht. Goku! Yeah! Alter, das war krass. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir das Moll mal weggelassen. I'm so sorry. I'm so sorry. Ach, Patti, du heißt gar nicht Julius. Wie jetzt? Wie jetzt? Hä? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Warte mal. Es blinkt hier die ganze Zeit. Das geht mir auf den Sack. Ohne Arbeits... Ohne Arbeits... Ohne Arbeits-Mail. Ich kann jetzt nicht. Nee, komm. Hauptsache es blinkt jetzt nicht mehr. Das geht mir am meisten auf den Sack. Dann denke ich immer, irgendwas ist noch los. Oh man. Okay. Okay. Vorsicht. Ähm, ich muss irgendwas machen. Ich hatte irgendwas vor, ne? Ich hatte irgendwas vor. Ich weiß nicht mehr was. Wir haben hier aber ein paar... Warte mal. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter, ne? Nee, da kriegen wir nur einen raus. Richtig? Okay. Wir brauchten 13 oder so. Soll er vielleicht weiterziffen? Wir haben hier den Keller gemacht, weil ich da den Generator bauen wollte. Beziehungsweise den Ziffer wollte ich auch mal umbauen. Ah. Wir machen hier erstmal Platz. Wir machen hier erstmal Platz. Ich weiß noch... Oh, das war keine so gute Idee. Aber so geht's doch schon wieder. Ich mach hier mal Platz. Ich mach hier mal Platz. Das ganze Zeug hier kann weg. Das stört ja eh nur. Und dann müssen wir das mit dem Ziffer gleich mal so machen. Dass das Sinn macht, dass der da Sachen in den fucking Hopper reintut. Oh, 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 oh. Uh, da kam fast was rein. Okay. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz überlegen. Wenn wir das Ding hier... Wenn wir erstmal Sachen hier wegtun, damit sie uns nicht auf den Sack gehen, ne? Ich muss immer auf den Chat gucken, ne? Ach, die Musik. Passt auf die Gedenktafel aufwischen. Natürlich. Na klar. Ja, ich bin ein Freund von Roguelikes. Zwo halbe... Zwo... Hahn? Wieso fragen Leute immer, wie lange der Stream noch geht? Also, rein informativ. Es ist vielleicht eine gute Sache zu wissen, aber ich weiß... Also, ich weiß es nicht. Stunde, zwei, drei? Irgendwie sowas. Um den Dreh. Lass uns das mal so machen, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Und hier... Ah. Okay. Worte. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ach so. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass wir jetzt hier platztechnisch... Ich muss hier erstmal Sachen wegtun. Wir haben hier Water Bottles. Die können wir jetzt schon mal hier reintun. Äh. Dirty. Oh. Water, water. Camel Packer. Das Camel Pack müssen wir eigentlich direkt aufsetzen. Es wird auch schon Tag und wir haben so einen Durst. Hey, Brass und Bross. Ich bin schon wieder komplett raus. Fischkopf Wasser. Ja, danke. Danke sehr. Dragon Lord. 64. Ähm. Ich muss mich hier nur noch sammeln jetzt hier, ne? Das Zeug kommt da rein. Das Zeug nehmen wir wieder mit. Hier ist sogar noch Gehirn drin. Hier ist noch ein Gehirn drin. Warum ist das so? Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist doch gut. Warum nicht? Okay. Camel Pack auf dem Rücken. So, jetzt haben wir hier Wasser. Und jetzt gleich hier schön... Ja, brennet. Brennet. Hier holen wir gleich Sachen. Ähm. Das Ding. Pass mal auf. Nimm wir das Ding. Nimm wir das Ding. Ich überlege noch. Ich überlege, wie ich es am dummsten mache, dass wir hier Sachen machen können. Redstone weg. Okay, jetzt warte mal. Sollen wir hier erstmal... Wieso brennst du eigentlich nicht, du? Nein. Ich möchte hier gerne Sachen machen. Ist das hier... Ist das hier frei? Okay. Dann machen wir das so. Komische Steinchen gibt es hier. Boah, wie lange man an den Dingern rumhaut, ne? So. Dann du... Nee. Du... So. Ähm... Wir brauchen dringend den Cobblestone-Generator. Sollen wir mal rausgehen? Action machen? Ja, ne? Wir müssen ja eh raus. Ganz kurz. Die Quest mit dem Dirty Water abzugeben. Ach, echt? Echt? Oh, ja. Water Bottle. Fuck. Okay, jetzt habe ich die ganzen Flaschen schon. Hm. Sollen wir hier... Komm, dann machen wir noch eine. Dann machen wir noch eine hier. Die... Brennen wir direkt. Das Zeug muss weg. Das hier muss weg. Einmal sammeln. Das hier muss weg. Einmal sammeln. Das hier muss weg. Okay, dann holen wir jetzt den Cobblestone-Generator. Wir brauchen, ähm... Haben wir Wasser dafür. Fuck, wie machen wir das denn? Wie kriegen wir denn jetzt das fucking... Ach so, wir nehmen natürlich das Wasser erstmal hier vorne. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Komm her. Komm her, Spinny. Ja, komm her. Ja, komm her. Ich muss gleich noch andersrum gehen und die Spinnen da hinten kaputt machen. Oh, guck mal. Das kann man gar nicht so machen, dass man noch nicht auf die Schnauze kriegt von denen, ne? Wir müssen unbedingt unser Gebiet hier ausbauen. Ähm... Cobblestone-Generator. Sollen wir uns erstmal nur hier Cobblen holen und danach das Ding irgendwann runterbauen? Ja, ne? Okay. 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 Chat. Was geht? Zu sehr ablenken darf ich mich aber auch nicht lassen, weil sonst mache ich hier schon wieder Sachen kaputt, ne? Ich kenne mich doch. Stellt euch mal vor, die Lava geht jetzt hier kaputt. Das wäre nicht cool. Okay. Jetzt einfach mal ordentlich einkleistern. Haben wir den Camelpack drauf? Ja. Dann haben wir gleich den Surveillance-Generator. Und dann hauen wir den da rein, haben wir Strom. Und dann packen wir die Blätter da rein, dann haben wir Wasser. Dann haben wir schon mal Wasser. Ich bin nicht der Geilste. Stimmt überhaupt nicht. Mann. Wie man die so lügen hier. Äh... Mach deinen Cobblestone-Generator dadurch, wie die Umgebung zu heiß. What? Long Dark? Ne, Long Dark ist so gar nicht meins. Irgendwie tausend Millionen Schränke durchsuchen, ob da was drin ist. Und dann mit Text erfahren, ob alles gut ist und so. Ne, ne. Ja, Survivalist-Generator ist im Moment mein Plan. Wir haben jetzt 28 Cobbl. Ähm, haben wir hier noch mehr irgendwie? Wir brauchen was zu essen. Äh, 43 Cobbl, das muss erst mal reichen. Und wir könnten hier eigentlich mal das Gebiet endlich mal fertig machen, ne? Machen wir halt sauviele Slabs. Okay. Wie baue ich das Ding nochmal? Ähm... Warte. Warte. Ähm, falsch. Hier holen wir uns nochmal schön die Knochen ab. Das ist ne saugute Idee, wie ich finde. So und so. Und dann haben wir das noch. Wo ist die Sonne? Ich sehe sie nicht. Sie ist nach Hause gegangen. Okay. Ähm, 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 ich, ich vergesse Sachen die ganze Zeit. Es ist unglaublich. Wo ist der? Da. Schwing, schwing. 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 Oh yes. Hallo, Generation. Okay. Jetzt machen wir hier auch noch Platz. Das hab ich ja schon mal in der Staffel 3 gemacht. Die dann plötzlich... Mach dein Komponent Generator nicht im Keller. Dadurch wird die Umgebung zu heiß. Ja, aber doch nur da unten. Wenn du so ein paar Meter davon weggehst, dann ist es doch gar nicht mehr heiß. Jetzt mal unter uns. Jetzt mal ganz ehrlich. Zwischen dir und mir, ne? Das ist doch so, oder nicht? Erzähl's mir. Bitte. Ich würd so gern das Gebiet vorfällig machen, dass wir hier einfach... Ich sag immer Sachen, ne? Und dann mach ich 30 verschiedene Sachen gleichzeitig. Und dann vergesse ich Sachen zu machen. Und dann haben wir den Salat. Ähm. Sowas. Erstmal. Sowas. Äh. So. Und dann können wir unten Sachen machen. Ist das okay für euch? Der Reis... Der Reis könnte mal wachsen, ne? Haben wir jetzt Reis? Oh nein, wir müssen... Oh, hallo. What? Schießt der auf mich, ey? Okay, wir müssen... Wir müssen Sachen ablegen. Dann haben wir Reis. Und dann können wir zumindest... Kommt heute vielleicht auch Haarstone? Nee. Es ist immer... Immer erst irgendwas, ne? Immer erst irgendwer nicht zufrieden mit dem, was gerade läuft. Aber so ist das Leben manchmal. Es tut mir leid. Wir machen andermal Haarstone. Wir machen Haarstone noch. Aber nicht jetzt. Ah, ah. Okay, das nehmen wir auch nochmal mit. Damit wir noch ein bisschen Suppe machen können. Okay, okay. Jetzt müssen wir uns kurz sammeln. Ich mach kurz Pause. Was wollte ich nochmal machen, Leute? Und was ist das... Was ist eurer Meinung nach das Wichtigste, was ich jetzt machen muss? Ich warte kurz ab, damit ihr mir Sachen sagen könnt. Wir machen übrigens... Äh, warte mal. Wir machen um 20.45 Uhr... Machen wir die nächste Pinkelpause. Die wird ein bisschen länger. Die wird so 5 bis 7 Minuten lang gehen. Ja, nur, dass ihr euch schon mal einrichtet. Falls ihr demnächst auch mal pinkeln müsst. Äh, dann können wir das später gemeinsam machen. Müsst ihr jetzt nichts verpassen, wenn ihr das nicht möchtet. Ähm. Haarstone-Spie mit Chris? Pfff, das stimmt aber irgendwann. Der hat sich ja gerade so ein bisschen, ähm, eingehearthstone-t. Wasser essen. Mach auch mal bitte Evolve. Noch nicht gekauft. Ich bin mir noch nicht sicher. Äh, Slabs machen für den... Den Bereich Generator anschließen. Gut. Gut. Quest Reis. Oh ja. Okay. Ja, das sind jetzt wieder tausend Sachen. Aber wir müssen das Ding hier auf jeden Fall mal anschließen. Da habt ihr völlig recht. Und ich mach im Moment noch Holz rein. Wobei... Ähm... So was. Und wir brauchen ja eh Fackeln ohne Ende. Dann brennen wir hier schon mal so ein Zeug hier. Und dann können wir draußen... Wie viele Slabs hätten wir denn? Wie viele Slabs hätten wir denn? Viel zu wenig. Bedeutet für mich... Ah ja. Ähm... Wieso haben wir denn ständig hier... Äh... Zeug? Ist alles voll immer. Wir müssen Sachen essen. Wollen wir... Warte mal. Ganz kurz. Ähm... So was. Wo ist... Wo ist da? Ich weiß, dass ich eine Reis-Quest habe. Aber so müsste es ja eigentlich gehen. Okay. Dann können wir zumindest jetzt mal ein bisschen Reis essen. Damit wir nicht langsam sind und alles. Äh... Würmchen... Geht nicht. Ich hab's vergessen. Ah ja. Warte, warte, warte. Ich erinnere mich. Ähm... Zeug weg, was mich stört. Essen. Ja. Hab ich gerade gemacht. Besser mit Säge-Glowstone-Klein-Sägen als Fackeln. Hm. Ja, warum... Ja, wegen der Hitze meinst du. Ähm... So. Stone-Rod. Oder... Oder... Okay. Warte mal. Warte mal. Echt? Kann ich so eine Säge machen? Kann ich so einfach eine Säge machen? Ah, warte. Wir haben noch. Wir haben noch. Wie war das? Ah, okay. Das müssen tatsächlich Rods sein. Okay. Ich verstehe. Was ja eigentlich kein Problem ist, ne? Jetzt bin ich schon wieder abgelenkt. Nee, wir brauchen... Alles gut. Wir machen hier... Wir... Wir konzentrieren uns mal jetzt. Wir machen das da rein. Sogar noch ein bisschen mehr. Die beiden behalten wir erstmal und überlegen uns, ob wir noch Fackeln machen. Ähm... Reis-Quest und Wasserprobleme. Wobei jetzt, wo der Strom hier laufen wird, wird der Strom laufen. Und wir holen... Und wir holen... Wir kriegen eine Coldwater-Bottle. Die können wir ja brennen. Okay. Hier müsste jetzt... Wassersachen müssten jetzt hier laufen. Ja. Und was wir jetzt machen können, wo wir Strom haben. Wir bräuchten eigentlich noch so einen fucking Generator. Äh... Jetzt wird's unübersichtlich. Und mein Gehirn hilft jetzt auch nicht gerade dabei, Übersichtlichkeit hier zu generieren. Das kann mal hier raus und hier rein. Das müssen wir auch noch fertig bauen. Und... Der junge Mann. Der Spielpirat ist live, Fischi. Geil. Yes. Okay. Wie gesagt, ich bin immer noch total durcheinander. Wie viel haben wir jetzt hier? 900. Und im Moment... Er macht ganz langsam Strom nach. Wie viel Strom braucht er denn? Jetzt geht's wieder weiter. Wir nehmen uns zwischendurch schon mal dieses Ding hier. Habe ich gerade ne... Achso, vier Wasserflaschen. Okay. Die haben wir. Die Reis-Quest. Ach, da brauchen wir jetzt nicht viel Reis für. Alter. Aber dafür kriegen wir den Orangenbaum und Toast. Wow. Okay. Ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt. Mehr Reis anbauen. Viel mehr Reis anbauen. Und zwar beim Cobblestone-Generator hinten nachher. Ähm... Juicer, Apfel, Saft. Okay. Wie sind unsere Prioritäten, Freunde? Das hatten wir ja schon mal. Was wir jetzt schon mal gemacht haben, ist hier Wasser reinfließen lassen. Jetzt ist ja eh Nacht. Das ist ganz gut. Ähm... Den Rod für die Säge brauche ich jetzt erstmal nicht, wie ich finde. Wir müssen demnächst mal wieder Bäume anpflanzen. Und wie sieht's denn, wie gesagt, an der... Ach, warte mal. Was wir jetzt... Ach, siehst du. Siehst du mal. Siehst du mal. Wir machen jetzt hier Sachen. Und zwar brauche ich... Ich brauche... Ich brauche den Cobbl... Für Shit. Aber Fischkopf! Warum machst du das? Tür zu! Oh, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Danke, David Engel. Und auch an alle anderen, die es jetzt gerade geschrieben und vielleicht schon geschrieben haben. Kuaks auch. Ich seh's gerade. Vielen Dank. Der Apfelbaum sitzt falsch. Der wächst ja irgendwie gar nicht. Stimmt. Stimmt. Ich glaub, der braucht unbedingt Baumil. Ich glaub, das ist sein Problem. Der Penner. Der Sausack. Next. So. Wir machen uns Sand, damit wir aus dem Sand Glas machen können. Und warum wir das tun, das erfahrt ihr nach der Werbung. Nein, noch ist nicht Werbung. Oder? Hatte ich nicht 20.45 Uhr gesagt? Dann muss ich jetzt auch gleich Werbung machen, ne? Ich komm nicht drumrum, ne? Ich komm nicht drumrum, ne? Ah, fuck. Wir brauchen Wasser. Für das, was ich mir hier überlegt habe, ist das wiederum scheiße, ne? Kommen wir hier. Oh, oh. Nein. Keine gute Idee. Ich würd sagen, wir klauen uns da jetzt gleich mal ein Eimer Wasser raus für diese Konstruktion. Das dauert alles, ne? Weil der Strom da so langsam reinfließt. War das so? War das so? Das war so. Und so. Und so. Okay, Leute. Okay. Das hier weg? Ach, nee. Warte mal. Ich wollt ja anders. Ich wollt ja anders. Ich wollt ja so. Und. Upsi. Upsi. Ups. Es tut mir leid. So. Strom rein. Ach so, weil der Strom direkt hier reingegangen ist, oder was? Okay, jetzt geht hier nämlich schneller der Strom. Und dann kriegen wir hier schneller Sachen raus, oder was? Ja, ich hoffe das. Es ist ein bisschen warm jetzt, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ähm. Jetzt haben wir das Wasser. Okay, cool. Jetzt haben wir das Wasser. Dann zifft das Ding. Und das zifft bitte. Jetzt, jetzt, jetzt seht ihr Sachen, Leute. Jetzt, jetzt, jetzt zeige ich euch Sachen. Bauen wir einen zweiten Generator für den zweiten Transposer. Den stellen wir nachher noch dahin. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen schneller das Zeug haben. So. Wir haben jetzt das hier. Und wir haben, wir brauchen, wir brauchen Doppelkiste. Wir brauchen Doppelkiste. Ähm. Okay. Und, warte mal, wenn ich das jetzt so mache, ne? Kann ich das noch aufmachen? Yes. Okay, und dann brauchen wir noch das hier. Und dann machen wir sowas. Und jetzt, jetzt passt mal auf, Leute. Jetzt passt mal auf. Wir haben noch hier Glas gebrannt, ne? Alter. Alter. Fisch, die Pause. Stimmt. Okay, ich baue das jetzt noch und dann machen wir eine Pause. Ach so, warte mal. Das Wasser müsste eigentlich gar nicht... Aber wenn es jetzt so lang fließt, dann geht das ja auch so, ne? Wir testen das. Wieso habe ich nur so wenig gedacht? Aber er müsste jetzt ziffen. Und das Zeug, was da rausgesifft wird, wird dann mit dem Strom in den Hopper geleitet. Und dann geht's in die Kiste. Oh yeah! Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Fünf bis sieben Minuten. Also, falls Leute fragen und so und ihr gerade hier im Chat abhängen, könnt ihr den Leuten das nochmal sagen. Fünf bis zehn Minuten. Ich muss mich ein bisschen frisch machen. Ich muss mir was zu trinken holen. Ich muss gucken, ob er da noch ihre Sandwiches macht. Die muss nämlich heute noch ein paar schaffen. Ich mache hier so lange Pause, damit wir nicht verrecken zwischendurch. Und dann würde ich sagen, bitte bleiben Sie dran. Wir sehen uns gleich wieder. 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 Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns gleich 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 wieder. Achterbahn des Todes. Du meinst Todes Achterbahn des Todes. 2000 XP. Bauen wir eine Kiste für die Flaschen. Ja. Eigentlich ist ja der Plan, dass wir die in den nächsten Transposer, also die Flaschen... Warte mal... Was machen wir das? Wir machen vielleicht noch einen Survivalist Generator. Können wir hier eigentlich gefahrlose Sachen abbauen? Oh, yes. Oh, yes. Hier auch und hier auch. Okay, cool. Okay, ja, okay. Wir machen das, wir machen das. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Hier ist schon wieder alles, alle. Deswegen machen wir hier so. Gut. Und können wir den so abbauen? Können wir den... Nein, wir müssen den so abbauen. Sollen wir die Kohle nochmal rausnehmen? Okay. Dann machen wir das nämlich so ein bisschen automatischer. Wer das noch nicht kennt, kennt es jetzt gleich. Das Ding noch dahin. Die Kohle da rein. Und vielleicht noch die Hälfte der Kohle da rein. So. Und jetzt machen wir folgendes. Hier läuft das Wasser. Bitte jetzt da rein. Und... Oh, 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 oh. Hä? Okay. Und hier machen wir die leeren Flaschen rein. Und dann läuft das Wasser, was jetzt von da nach hier rechts reinläuft, direkt in die Flaschen. Und dann wiederum... Genau so, wie ihr eigentlich gerade gesagt habt. So. Und jetzt gehen hier die Flaschen rein. Automatischst. Ja, ich lese es gerade. Fischkopf wird der nächste PewDiePie. So ein Quatsch. PewDiePie macht sich total, ähm... Total die Arbeit, seine Videos so geil zu schneiden, dass sie super lustig sind. Und das mach ich nicht. Und das, äh... Könnte man anprangern. Aber lass uns das jetzt mal nicht machen. Okay. Warte mal, warte, warte mal so und so. Und wir machen noch ein bisschen Erde. Und eigentlich müsste ich mir mal immer so einen Zettel machen, wo ich draufschreibe, was jetzt hier die Prioritäten sind von dem Shit, den wir machen wollen eigentlich. Und, äh, was wir noch machen können, ist auf jeden Fall das Ding hier auffüllen. So. Hier läuft der Strom. Hier läuft noch Wasser. Und das Wasser läuft hier rein. Und das läuft dann in die Flaschen rein. Das heißt... Hm, naja, gut. Achso, das muss ich noch auffüllen. Okay. Also das Wasserding läuft erstmal. Wir brauchen mehr Holz. Und wir brauchen diese Farm. Sind wir uns da einig? Ich lese es gerade kurz. Crash-Tending als eigenständiges Spiel mit moderner Grafik würde mich echt zum Kaufen überzeugen. Ja, aber wir brauchen das. Ich finde die Grafik vielleicht in Ordnung. Und alle, alle Spiele, wie ich, das ist jetzt meine Meinung, ne? Alle Spiele, die versuchen so ein bisschen auf den Minecraft-Zug aufzuspringen. Aber mit guter Grafik gehen wir auf den Sack. Die spielen sich meines Erachtens nach einfach nicht so flüssig, wie sie sich spielen sollten. Spielen lassen so... Spielen sollten... Spielen sollten... Und das finde ich nicht gut. Wir laufen kurz das kleine Stück wegen der Spinnen. Hier sind keine Spinnen. Okay, cool. Ah, da fällt mir ein. Wir brauchen noch Wasser... für... Ähm... Lass mich mal diese Flasche Wasser hier nochmal, ähm... Lass mich mal noch da reinkippen. Komm. Komm. Pssst. Pssst. So. Dann so. Und dann machen wir eine kleine Farm. Apfelbaum. Ja. Ich glaube, der steht richtig. Der braucht nur Bohnenmiel. Aber wir gucken uns das an. Okay, jetzt können wir das wieder ändern. Ne, können wir... Hä? Äh? W-w-w-w-w-w-w-w-. Ah, okay. Alles klar. Flaschen können wir hier wieder rein. Und dann... Oh. Oh. Das Zeug... Dann wieder bitte in die Flaschen. Okay, cool. Okay, cool. Oh, guck, 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 guck. Hier ist irgendwo noch ein Gast. Das ist mir jetzt erstmal egal. Wir machen... Machen wir hier die Farm? Ich bräuchte... noch so ein bisschen sowas hier. Müssen wir gleich wieder hinbauen. Das ist mir völlig klar. Aber ich möchte hier erstmal Sachen hübsch machen. Ähm Hier ist ja eigentlich der Aufgang Hier werde ich den Aufgang basteln So Obwohl, ne das hätte ich jetzt stehen lassen können Dann machen wir das so Dann machen wir das so Dann machen wir das so Dann ist der Aufgang für nach oben Für hier oben Und dann Das Baum hier Oh, fuck, 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 fuck Alter, gebe dich auf den Sack So So